Das ist ja eine absolute Frechheit. Herzlich Willkommen an der Synchronia. Man soll ja auch mal winken können. Okay. So, Freundes, wir müssen jetzt wieder hoch. Es gibt ja auch noch einen anderen Bahnsteig, ne? Habe ich auch gar nicht dran gedacht. Das könnte vielleicht einiges erklären. Müsste noch einen anderen geben. So, aber erst mal wieder hoch. Weil wir haben oben was vergessen, habe ich gerade gesehen. Oh. So, müssen wir mal gucken, von wo kommen wir. Von hier. Und wenn ihr nämlich jetzt nach oben guckt. Okay, keine Ahnung. Wir gehen erst mal wieder hoch. So, von da, wo wir herkommen. Da, kommen wir her. Hoffe ich. Okay. So, Freundes. Okay. Wir drehen uns. Schönes Ding. So. Und jetzt. Und jetzt. Und guck mal hier oben. Ich muss gerade selber gucken. Dahinter muss das sein. Ähm. Hier muss jetzt einer sein. Ich muss aber von der anderen Seite ran. Okay. Das verbundet mich gerade. Aber mal schauen. Hopp, hopp. Hier ist er. Okay. So, und den muss ich... ...ziehen. So, nämlich. Das hatte ich halt leider nicht gesehen. So, und wenn wir das jetzt haben. War gut, dass mir jetzt nochmal eingefallen ist. Äh. Was das auch noch ein, äh, anders Gate gibt. Irgendwie bei den geschichtlichen Infos zu dem Level stand irgendwie, dass die Station 1940 geschlossen wurde. 1946 wieder eröffnet wurde. Und. Äh. In der Zeit 1994 irgendwie geschlossen wurde. Und dadurch passt das hier zum Spiel. So, jetzt weiß ich nicht mehr sicher, wie es weiterging. Was aber gut ist. Was okay ist. So. Und fallen lassen. So. Äh, was sind wir? Ja. Was ist hier? Ah, okay, okay. So, nämlich. Und, äh, hier findest du nämlich den Schlüssel. Weißt du ja nicht, welcher Schlüssel es war? Doch, ich glaub schon. So. Ist der Main-Maintened-Schlüssel? Das war nämlich der Bereich, den wir von hier außen sehen konnten. Da hätte ich mich, ja, tot gesucht. Aber wirklich tot gesucht. Okay, sehr gut. Aber hier noch was? Nee. Ach. Okay. Weiß nicht, ob wir oben noch was hätten machen können. So. Schön. Äh. Wie war's denn? Ich hoffe. So. Okay, wir sind wieder an Freiheit. Okay. Er ist jetzt nicht, ob alle Weißen, nee, ich glaub noch nicht, sind, glaube ich, noch nicht alle Weißen offen. So, warte mal, irgendwo gab's jetzt so eine Tür. Was ist mit der Tür? Nee, ne? Er würde ja anzeigen, so oder so. Nee. Okay, dann müssen wir runter. Und ich glaube, der rechte. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Upsala. Speichern. Das muss ja der andere Bahnhof jetzt sein. Oh, okay, das ist ja der andere. Äh. Weiß nicht, ob war ich hier schon hin müssen? Wird fast, naja, komm. Okay, cool. Ähm. Ah ja. Nee, warte, 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 warte. Vielleicht aber auch, keine Ahnung. So, okay. Ich denke schon, dass ich von hier da rüberkommen könnte. Super. Super. Ist das da, wo wir schon waren? Warte, dann. Nein, da. Äh. Hm, hm, hm. Hm. Ah, meine Damen. Ich glaube, wir müssen hier jetzt noch nicht hin. Aber es gibt mir Hoffnung. Alte Richtung. Wenn der Meister schnell genug rennen, dann fliegt der... ...Zug weg. Hm. Bisschen besser abholen wäre von Vorteil. So. Link mit Leather. Es ist seine Freunde. War es fest, der Gefühl. Ersteuerung. Bei. Na ja, jetzt sind es jetzt doch schon die 25 FPS. Also. Was? Was ist das hier oben? Wie? Hey. Einfach weggepackt, der Gute. So. Wo sind wir hier? Was ist das? Ich hab da schon wieder was. Weißer nicht, ob wir hier jetzt schon hin müssen sollen. Dürfen. Zumindest war es nicht so, wo ich gerade reingeguckt habe in der Guide. Da wurde zu nahe, weil es in Türen gerannt. Da ist mir so aufgefallen. So, warte mal. Zwei Dinger zum Runtergehen. Na ja, gut. Okay. Mal hier. Warten sind munter. Okay, was haben wir hier? Ein Speicherkristall. Einfach mal ans Glückspringen. So. Und das war's? Vielleicht haben wir die abgefangen. Hm, nee, da geht's hoch. Vielleicht haben wir die abgefangen vor's Böse, bevor ich... Freien Hund? Ist ein Hund? Oh. So laut gequatscht, ey. Na gut. Glaubt ihr, das ist aber ein bisschen kränklich. Okay. Mal hier. Ah, guck mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das hilft. Okay. Okay. Oh Mann. Sieht jetzt nicht so actionmäßig aus. Hat sich ja auch so angefühlt. Zombies? Sieht sich ungefähr alles merkwürdig an. So, hier können wir klettern. Ja, geht's aber... Ah, okay. Hier. Jetzt haben wir hier unter... Ja, renn halt. Sehr schön. Okay. Hätte der mal Waffen dabei gehabt, dann wäre das einfacher für ihn. Okay. So, stehen wir hier. Was sind denn das für Geräusche hier? Nessi ist auch da, oder was? Okay, das haben wir einfach mal Null gebracht, schön. Ja, dachte ich mir nämlich fast. Das heißt, wir springen hier drauf, aber am besten rückwärts, ne? Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Schön, schön. Da sollte ich mich vorher irgendwie mal abwerfen. Da sollte ich mich vorher irgendwie mal abwerfen. Ich glaube, dann haben wir den gemacht. Dann... Mache ich einfach mal den hier. Eine Güter. Okay. Machen wir den Sprung. Das mit der Musik geil ist, aber ich muss es doch mal schaffen, hier rüber zu kommen, oder nicht? Kann doch nicht. Kann doch nicht so schwer sein. Geht doch. Spürt ihr die Action? Okay. Wir machen folgendes. Wir springen hier auf. Selber springen da einfach... Ah, ne wei. Du enttäuscht mich. Wo will er denn hin? Hä? Ist er gerade zurückgestorben? Gegen das sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und... Der ist definitiv zurückgestorben. Okay. Hier wäre eine optionale Öffnung. Okay. Okay, 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 okay. Ich will mich hier wieder runter. Help. Help. Achso, ja. Gut. Kann er einfach den machen. Ja. Warum habe ich jetzt Alarm ausgelöst? Hier oben kann ich glaube ich lang klettern. Weißte, ich schau dann gleich rechts rein. Okay, wollte ich bloß mal testen. Also... Neuland war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay. Gut. Na gut, so ein bisschen. So. Wenn ich hier dann hänge, dann ist das so. Kann ich mich hier fallen lassen? Ja. Aha. Das ist gut. Vielleicht, ne? Okay. Okay. Oh, okay. So, hier gehts auch hoch. Ah, guck mal. schön. Hatte schon Angst, dass es wieder nicht linear wird, aber Glück gehabt. Bisschen unbegabt. Los, gehen wir hin. Eieieiei. Was ist das? Was ist das? Was soll ich jetzt machen? Ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Reicht hin. Ah, guck mal. Okay, okay. Okay. Achso, ich muss wahrscheinlich weitermachen. Nein, da darf mir nichts passieren. Okay, das hatte geklappt. Das hatte soweit geklappt. Steuerung ist halt so ein Ding. Wenn man den Input lag mit einrechnen, okay. Ist das schlimm? Was soll denn du? Aha. Cool, cool. Oder? Weiß ich nicht. Wasser. Warte mal, sehe ich das Ding jetzt? Ich dachte, ich war jetzt komplett tot. Okay. 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 Hört mir aus. Hätte man wahrscheinlich auch irgendwie schadenfrei schaffen können. Aber ich nicht. Okay. Soll ich mich jetzt nach oben oder nach unten bewegen? Erstmal abkühlen. Ach, da fetzt das Wasser. Verschwinde ich wieder nächste Fackel. Na klar. Na klar. Schön. Schön, schön. Das wäre das Licht. Man sieht nichts. Okay. Mal wieder raus. Sehen eh gleich actiongeladene aus mit der Fackel. Okay. Dann zünden wir mal das Feuer an. Wie gesagt, finde ich jetzt da Wasser? Alles gut? Na super, geil. Okay. Ja. Irgendwas. Ja. Okay. Na, so gut. Na. Es geht höher. Die Feier-Effekte, ey. Zwingen die Frame-Welt in die Knie. Okay. Passiert mir ja gar zu viel Random-Zeug. Okay. Also, man könnte da hoch. Unten gibt's ein Speicherkristall. Hier speichere einfach mal. So. Wenn unten das Speicherkristall ist, vermute ich hier geht's nicht weiter. Zumindest weniger schon. Genau. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Aha. Ja. Das wollen wir ja nur nicht. Okay. Na gut. So. Wart mal. Wahrscheinlich können wir hier drauf stehen. Ja, okay. Sonst hätte ich jetzt echt überlegt. Ja, wie, wie jetzt? Okay. Also, ich will mich jetzt wieder hocharbeiten, aber weiß ich, ob's sinnvoll ist. Weiß ich wirklich nicht. Jo, genau. Na klar. Das Ding ist, ich könnte halt auch tiefer runter. Schwer zu sagen. Hm. Vielleicht rückwärtsspann. Speicherkristall bei der Playstation. Hier hat ein Knall. Na gut. Ist aber super. Verwinkelt hier alles. Ja. Na ja. Sollte. Die Leute sollten was bekommen für ihr Geld, ne? Okay. Ist das über mir? Ah, okay. Ja, da waren wir schon. Da waren wir schon. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Okay. Okay. Wir stehen kann ich wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, okay. 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 Auf jeden Fall ein sehr marodes U-Bahn-System, wenn da so Flammen überall rauskommen. So, hier geht es auf jeden Fall hoch. Aber wahnsinnig komplex. Ich weiß halt auch nicht, ob ich weiter runtergemusst hätte. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Sieht cool aus. Ah, okay, jetzt bin ich wohl... Ja, okay. Aber trotzdem die Frage, ob ich unten noch etwas hätte holen müssen. Ach, das sind Ratten. Heiliger. So. Welche Taste war noch mal rennen? Ah, die andere. Es war es nur die eine. Hier geht es nämlich hoch, hatte ich gesehen. Heiliger. Was ist das für ein Level, ey? Nicht ehrlich. Vielleicht kommt man hier wieder runter. Aber wann, wo, wie? Nee. Nee, guck mal, da geht es hoch. Da geht es schon hoch. Aber eher runter wahrscheinlich als hoch. Das ist alles nochmal. Okay. Also hier könnte ich wieder hier hin. Frage ist, ob ich irgendwas vergessen habe. Das ist ja auf jeden Fall jemand. Das ist schon wo? Ich glaube, er kommt. Ja. Da ist er. Okay. Ja. Ja. Wir können aber ruhig mal was fallen lassen. Das wäre jetzt ganz gut. Ey, ich habe so keinen Bock, wenn ich da oben irgendwas vergessen habe. Ja. Der Hund ist aber auch weg. Gleich despawned. Wie denn die spawnen gerade hin? Was war denn das? Warum? Was? Neue Animationen? Verrucht. Okay. Wir schauen was aus hier. Ist das komplexe? Ah, okay. Ne, warte mal. Wo sind wir? Ah, okay. Ne, keine Ahnung. Aha. Hallo? Wow. Wahnsinn. Äh. Gibt ja hier so einen. Äh. Wartungsschlüssel. Die Antwort ist nein. Schade, ich hätte doch schon gerne hier mal die U-Bahn gesehen. Ja. Aber wie viele Türen kommen denn dann noch? Das wird ja richtig mies sein, das wird's. Da sollte ich hin. Hier sollte ich laut dem Let's Play hin. Naja gut, haben wir einen ganzen Part von gebraucht. Ja, aber wir haben wahrscheinlich andere Sachen schon an die ich hab da unten noch was vergessen hier. Da nämlich. Meine Güte. Kann sich das neben auch hart machen. Das ist hier einfach gar nichts, ey. Das ist eine Gameplay-Mechanik. Ich könnte kotzen. Guck mal, wir haben fucking im zweiten Teil rausgebracht. Lass die den dritten auch reinmachen. Dann brauchen wir gar keinen Kontrast hier reinbringen in das Spiel. So, haben wir was? Müssen wir gleich wieder aufpassen wegen Ratten. Ah, ok. So, was machen wir da mit auf? Ich war... Ist hier jetzt was? Ne, ne? Ne. Müssen wir nachgucken. Ist das Licht hier an, ne? Ach. Ok. Na dann YOLO. Na dann YOLO. Oh, was flackert denn da? Müssen wir gleich mal hinkommen. Hä, rot jetzt auf einmal? Warum? Cool. Ok. So. Gehen wir hin. Und was denn das? Und was packt hier durch. Ok. Na gut. Das ist also London. Na ja. So, was haben wir hier schon? Ach, guck mal. Wir brauchen mal fünf Fahrkarten-Automaten. Können wir kippen holen? Oh Gott. Muss nicht in Bütten-Stellung gehen. Ähm. Ok. So, ok, ok, ok. Wo war der Fahrkarten-Automat? Oh. Ja. Ok. Ok. Ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht mehr hin. Das war cool, dass wir das jetzt schon haben. Äh. Spring bitte rüber. Dankeschön. So. Sind wir schon mal hier? Ok, ok. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie weiter. Warte mal. Und das? Ja, ok. Ja, und jetzt hier lang. Anscheinend. Warte mal, ist ja auch. Nee. Achso, ok. Wir sind wieder hier. Cool. Weiß halt nicht, ob wir unten noch etwas gebraucht hätten. Verwechsel immer rennen mit dem anderen. Mit, äh. Griechen. So, ok, ok. Wir sind wieder hier. Sehen wir die andere Seite. Wir müssen jetzt genau da ankommen zum Fahrkarten-Automat. Ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Schlüsse. So, wo war denn das? Irgendwo kamst du gleich durch zum Fahrkarten-Automat. Er könnte hier gewesen sein. Nicht mal ganz sicher. Richtung Freiheit. Kann man hier irgendwo hin kriechen? Nee, ne? Aber es war dann hier überhaupt der Sinn. Aber wusste man nicht, ne? Ok, warte mal. Ich würde dann erstmal doch jemand gucken. Ja, kann sein, dass das hier gleich lang war. Mal sehen, was dann passiert. Vielleicht haben wir ja wirklich alles von da unten und haben bloß so ein bisschen Munition liegen lassen. Ich hoffe es halt. Oh. Ging es hier? Ja, doch. Hier ging es zum Automaten. Äh. 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 Ja, doch. Ich glaube. Okay, wie es weiter geht, erfahrt am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und bis dann in drei Tagen. fürs dein. Ja. Und bis dann. Ja, vielen Dank.